Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Grounded. So, ich habe schon mal geschlafen. Es ist jetzt früh am Morgen. Ich glaube, die Lichtverhältnisse haben sich für euch gerade nicht so krass geändert, aber... Ich habe schon mal einmal den Tag verstreichen lassen. So, essen. Und trinken. Dann sammeln wir noch schnell hier das Leder ein. Ne, so Daily-Zeug in der Base. Das muss man einfach machen. Hier einmal einsammeln. Und dann einmal einen drücken. Und hier die Spinnenräder, ne? Die müssen jetzt auch durch sein. Ja, ihr habt gesehen, wie viele Seilenseile wir brauchen. Das wird jetzt... Also, wenn ich die Chance habe, wird es halt immer produziert. Dann. Äh... Gehen wir wieder rüber zu den Bienen. Wir werden nochmal schwimmen, weil... Ich kann es euch zeigen. Wir können aktuell die Seilerutsche nur von einer Richtung nutzen. Ne, geht nicht. Seht ihr. Auch wenn er schreit, dass er sich total freut. Aber wir freuen uns insgeheim nicht. Merkt euch das. Ne, also deswegen... Hinten müssen wir jetzt erstmal noch... Ähm... Laufen. Zurück ist aktuell auch noch relativ langsam. Ähm... Aber ich sag euch, das wird nicht auf Dauer so sein. Ich will bloß schon mal die Infrastruktur aufbauen. Weil das ist unser Schnellreizersystem. Ein anderes gibt es nicht. Und da wir auf jeden Fall dort in Zukunft auch rüber müssen, ist es halt nicht unsinnig, das zu machen. Ist ja schon doch ein kleiner Weg dorthin. Ich brauche noch einen Laus. Ich brauche noch die sechs Leute. Jetzt brauchen wir nur noch fünf Leute. Ja, wir schwimmen wieder. Ich finde das entspannter. Und dann... Wir haben ja dort auch eine kleine Base. Ähm... Wir waren in dem Labyrinth drin. Wir haben dort eine Truhe gesehen. Und wir werden dafür heute den Schlüssel holen. Tatsächlich bin ich mir... Ich habe es ja jetzt länger nicht gespielt. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher, wo der war. Also ich kann jetzt nicht exakt die Position sagen. Aber ich habe eine ungefähre Ahnung, wo der noch ist. Und den werden wir uns dann holen. Genau, wir müssen leider noch ein, zwei Bienen töten. Da ist eine Spinne. Ja, die müssen wir leider noch einmal... Ich kann ja auch mal schnell schwimmen, ne? Sag doch was. Ähm... Ja, wir wollen nämlich den verrotteten Stachelspeer so langsam mal ablegen. Kleinen Moment. Ich muss mir einmal kurz meine Decke holen. So, da bin ich wieder. Die letzten Nächte waren noch sehr kühl. Oder waren wieder sehr kühl. Wie auch immer man das nennen möchte. Und ich schlafe immer bei offenem Fenster. Und dementsprechend ist meine Wohnung aktuell nicht ganz so warm. Dann sitze ich halt lieber mit Decke da, ne? Heizung schmeiße ich jetzt im... Also es gibt so für mich im Prinzip... Im April ist die Heizung nicht mehr an. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wurde ich so von meinen Eltern erzogen. Auf jeden Fall ist sie im April nicht mehr an. Ähm... Ja. Deswegen mit Decke. Aber es geht auch. Wenn auch jemand... Erstmal ziehe ich mir was an. Und wenn ich dann schon fünf Schichten an habe, dann kann man mal die Heizung an. Und in diesen Zeiten ist das, glaube ich, auch gar nicht verkehrt. So ein bisschen drauf zu achten, wie viel man heizt. So. So. Ja. Und danach, wenn wir jetzt so ein bisschen am Tisch waren und sagen, es reicht. Also die Bio, ihr seht es ja, wie groß die sind. Und man kann wirklich sehr viele Ecken hier erkunden. Ähm... Ich will das aber jetzt nicht so krass in die Länge ziehen. Äh... Ne? Im Let's Play... Äh... Und deswegen, wenn es uns dann erstmal reicht mit... Mit, äh... Tisch. Wenn wir was Neues sehen wollen, dann habe ich auch schon eine Idee, was wir machen können. Ich weiß bloß noch nicht, ob das schon so... So eine kluge Idee ist. Aber werden wir rausfinden. Weil im Survival-Spiel... Findet man halt eher durch Ausprobieren Sachen heraus und nicht unbedingt durch Abwarten. Und, äh... Ja. Ich meine, was soll großartig passieren? Wenn wir in dem Spiel sterben, sterben wir. Wir können an der Base spawnen. Wir können bei Forschungsstationen spawnen. Ja, klar, wir müssen unsere Sachen wiederholen. Aber... Es gibt auch Schlimmeres. Und wenn es Sachen sind, die man erwerben kann, dann muss man sie halt nicht... Holt man sie halt nicht wieder. Ganz einfach. Also... Braucht man hier eigentlich gar nicht mit Angst rangehen, sondern einfach ausprobieren und machen. Und wenn man scheitert, scheitert man halt. So. So spiele ich Survival. Und ich, äh... Ich bin da nicht so der Planer. Ich bin eher diejenige, die einfach losrennt. Und dann feststellt... Ups, war doch nicht so richtig. Oh, es gab mal einen Moment in Ark... Da habe ich eine neue Map gespielt, die ich noch nicht kannte. Ähm... Also, Axel war wie überhaupt, ne? Das Dino-Spiel. Das kennt ihr ja auch immer. Ähm... Da habe ich gedacht, komm, guckst dir mal die Map an. So, wo du bauen möchtest, was dir gefällt. Ich glaube, ich war anderthalb Stunden auf der Flucht vor Raptoren. Das war... Ich weiß nicht, das ist voll in Erinnerung geblieben. Aber es war echt lange. Ich war dauernd am Rennen. Und dann kam da die nächste Gruppe. Also, das war eine sehr raptor-lastige Map. So. Hier haben wir erstmal eine Dose. Ist da was drin? Was zu trinken. Mehr leider nicht. Okay. Ist auch kein Map-Marker. Also in Ordnung. Ja, bevor ich jetzt da hochkraxe, wollen wir mal den... den Schlüssel für die Truhe suchen. Es ist ja meist in der Nähe von der Truhe. Kann ich euch sagen. Also, ihr müsst meist für den Schlüssel nicht in ein anderes Biom. Ist meist im selben Biom. Ähm... Ich muss es nur finden. Ich brauche gleich wahrscheinlich die Map. Weil ich hier gerade sehr blind bin. Was ist da? Freiliegendes Rohr. Das ist ein Map-Marker. Ich habe natürlich die Tauch-Ausrüstung mitgenommen. Und sicherheitshalber mal Lampe. Okay, hier brauchen wir das erstmal nicht. Hm... Die möchte ich mir mal... ...die auf die Leiste legen. Abwählen. So. Hier ist irgendwo ein Rüsselkäfer. Hier ist erstmal nichts weiter. Ekliges Wasser trinken. Nee, danke. So, da kann man... ...runtertauchen. Das machen wir erstmal noch nicht. Wir wollen erstmal hier noch den Quazit mitnehmen. Okay, ich hänge irgendwo fest. Wollte gerade sagen, warum haben wir nur 38 Sekunden? Aber es stimmt ja gar nicht. So. Huch, da steckten wir gerade im Max drin. Hier brauchen wir den Knochen durch. Und dahinter sehen wir den Schlüssel. Ja, habe ich mich doch richtig erinnert. Liegt hier vielleicht noch ein Scab oder so? Ich habe jetzt keinen gesehen. Also gehen wir hier raus. So, dann ziehen wir uns wieder mal richtig an. So, wieder ausrüsten. Ja, und dann gehen wir mal da hoch. Und schauen mal, was sich denn in dieser Kiste verbirgt. Ich habe gerade keine Lust auf einen Bombi. Ich meine, sie sind nicht mehr so... Sie sind jetzt keine Todes... Also doch, Todesgefahr sind sie schon. Können die immer noch töten. Also sie sind jetzt nicht mehr so, dass man sagt, boah, oh Gott, nee, schaffe ich niemals. Ich habe gerade keine Lust. Wir könnten jetzt natürlich, wenn wir schon hier sind, dann könnte man natürlich sagen, dass wir bei den Bienen... Hier brauchen wir eine T3-Axt, das heißt, da ist noch nichts für uns. Ja, dass wir bei den Bienen sagen, wir töten die dort, die immer den Weg abcampen. Allerdings stehen dann kurze Zeit später... Oh, da bin ich durchgefallen. Jetzt sind dann da andere Bienen, also. Ja, ich glaube, kurzzeitig können wir sie mal weg... Weckiten, dass wir da in Ruhe hoch und runter laufen können. Hallo, Bombi, ich muss noch mal vor dir wegschauen. Sorry. Für den Stress, den ich dir hier bereite. Es gab keinen Fallschaden. War ich nur das Essen drin? Nee. Ich möchte mal, weil wir jetzt hier eher mit Bienen zu tun haben, die Armbrust ausrüsten. Hier springe ich jetzt auch mal rüber. Federn nehmen wir doch gerne mit. Wenn wir mal ein paar haben, können wir auch mal gerne die Krähenpfeile machen. Oder Federpfeile. Ist wichtig. Es ist unglaublich, wie viel Flüssigkeit man verliert, wenn man die ganze Zeit sabbelt. Also, äh, ich trinke in den Aufnahmen immer... Also, ich trinke generell viel. Ich bin jemand, der Gott sei Dank kein Trinkflug... Also, kein Wassertrinkproblem hat. Ähm. Aber jetzt so bei... Beim Sabbeln trinke ich noch mal extra mehr. Salzstück. Das ist was Neues, was wir analysieren können, glaube ich. So, und jetzt da haben wir die Armbrust. Hallo, Camperbienen. Ja, komm, wir bekämpfen die mal. Wir brauchen Bienenpels. Hops. Die haben ja einen Schwachpunkt, die Augen. Das hat man leider nicht... Ich hab leider nicht gut getroffen. Da. Da kriegen die ordentlich Schaden. Oh. Da hab ich den Rand des Löffels getroffen. So. So, jetzt könnten wir uns auch den normalen... ...Stachelspür bauen. Machen wir aber wieder, wenn wir in der Base sind. Rennen jetzt natürlich nicht wieder zurück sofort. Oh, nicht zu weit springen. Das ist die zweite. Oh, ein bisschen hoch. Jetzt ist sie weggeflogen. Biene, ich verschwende meine wertvollen Teile. Oh, da habt ihr's gesehen. Das... Es gibt ordentlich Schaden, wenn man das Auge trifft. Das Auge zu treffen ist bloß nicht so einfach. Guck, so schnell geht ne Biene down, wenn man das möchte. Also, ich kann euch wirklich die Armbrust empfehlen. Das ist einer meiner Lieblingswaffen im Spiel, die Armbrust. Für Nahkampf jetzt nicht so, aber für so Bienen schon nicht schlecht. Oder für fliegende Gegner generell. Ja, hier sind überall diese Holzsplitter oder Splitter. Ich hab mit Ewigkeiten kein Splitter mehr in die Hand gezogen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich in meinem Beruf nicht Holzbearbeitung miterleben darf, sondern eher Metallbearbeitung. Daran liegt das wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, jetzt, also bei mir geht's jetzt bei der Ausbildung so Richtung, wir haben das ein bisschen aufgedröselt, einmal so erstes Jahr bis zur Zwischenprüfung. Eher so ein bisschen schulisch, dass man alles kennenlernt, also auch mit Werkstatt schweißen lernen, allem drum und dran. Und, ähm, jetzt ist es eher das produktive Arbeiten, das man kennenlernt. Und, äh, ich bin doch dankbar, auch wenn Werkstatt mir nicht so lag, wie ich's gerne gehabt hätte oder wie ich's mir gewünscht hätte. Ähm, hat's doch Spaß gemacht und ich, ich bereue nicht, dass ich diese Erfahrung machen musste. Also, äh, war irgendwie schon cool. Oder ist irgendwie schon cool. So, ich möchte dort unter den Teller Versuch mich mal hier so ein bisschen ranzuschleichen. Da schläft eine. So rumkomme ich nicht. Ich hier lang. Also, wir werden mit Sicherheit gleich irgendwie angegriffen. Hier beim Honig sind sie nämlich sehr aggressiv. Da hinten seht ihr schon. Ja. Einfach blocken, schnappen und wegrennen. Jetzt wegrennen, so. Da lag ein Scab und ich glaube, das ist mein Lieblings-Gab. Wenn ich mich recht entsinne. Müssen wir mal kurz nachgucken. Äh, da. Ja. Den mag ich. Wobei, es gibt noch einen, den finde ich noch cooler. Aber den nehmen wir jetzt erstmal. Ja, ich bin ein Mädchen. Wollte ich nur mal sagen. Ne, ich weiß nicht. Ich finde, ähm, ich habe als, als Jugendliche oder als junges Mädchen. Ich glaube, mich kann man nicht mehr als Mädchen bezeichnen. Ähm, also so vom, vom Alter her. Äh, nee, habe ich Rosa immer gehasst. Wollte ich nicht. Also pink, also richtig knallig Neon-Pink, ja. Aber Rosa fand ich schrecklich. Und jetzt bin ich, ja doch, etwas gesetzter geworden. Und jetzt finde ich ein schönes, zartes Rosé wunderschön. Nee, ist mittlerweile eine Farbe, die ich sehr mag. Ich finde sie angenehm fürs Auge. So. Ganz einfach. Und, äh. Ja, jetzt müsst ihr es ertragen, dass es bei mir rosa ist. Noch ein Salzstück. Och, richtig gut. Ja, die Wissenschaft ist in dem Ding. Ich weiß nicht, wir können ja mal probieren, das zu holen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Weil man muss hier... ...reinspringen. Och. Tausend Science, ja, das... Und jetzt, dass rauskommen, ist halt die Sache. Ja, wir fallen runter. Ups. Vielleicht ein bisschen zu viel Fallschaden riskiert. So, da wir wahrscheinlich ja hier... ...übernachten werden, hole ich mir nochmal Essen. Und dann gehen wir wieder hoch. Ja, Bombi, sorry. Ich stelle dich hoffentlich nicht nochmal. Aber ich wollte das Zeug haben. Also, das ist für mich Science gewesen. Also, es gibt, äh... Also, die ist schon relativ tricky, weil das... Also, das Rauskommen habe ich noch nie geschafft, dass ich wieder auf dem Tisch landete. Ähm. Das Reinkommen ist auch so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, ob es in der Third Person einfacher ist. Ich fand es in der First Person irgendwie ein bisschen einfacher. Aber ja, es ist schon eher... ...eher schwieriger an die Science ranzukommen. Aber hat sich gelohnt. Tausend ist schon nicht schlecht. Ihr seht's auch, mittlerweile heilen die Wundumschläge nicht mehr so krass. Äh, das kann man dann ja mit den Milchmolaren ein bisschen... ...bisschen beeinflussen. Und dann heilen die auch ganz gut. Für L ist es eher, naja. So. Gehen wir jetzt erstmal darüber. Dann gehen wir mal, ne, ins Labyrinth. Wir haben ja den Schlüssel schon gefunden. Jetzt sind schon wieder 20 Minuten. Wenn das Spiel Spaß macht, gehen die Folgen immer viel zu schnell um. Nein, also, wir machen Aufnahmen generell Spaß, ne? Ist ein Hobby. Aber, das habe ich ja letztens schon erläutert. Manchmal hat man so initial gar nicht so Bock aufzunehmen. Muss aber, weil man keine Folgen mehr hat. Und dann verliert man sich wieder in dem Spiel. Aber heute hatte ich schon Bock. Besonders war jetzt auch Wochenende. Dann kann man so... ...einfach entspannt hinsetzen, daddeln. Euch zu texten. Schön. So, wir wollten ins Labyrinth. War das hier lang? So, da sitzt eine Biene drin. Müssen wir einmal herholen. Boah! Gott sei Dank habe ich das geparriert. Oh, das... Ist dadurch betäubt? Ist das neu? Das ist ein perfekter Parry. Oh, betäubt. Also, dass das Augetreffen so krass viel Schaden macht, weiß ich. Aber, dass ein perfekter Parry betäubt, wusste ich jetzt nicht. Ich habe vielleicht nicht oft genug perfekt, äh... ...lockt. So, wir schließen mal auf. Und natürlich ist hier ein Burgle-Chip drin. Oh. Und Aufwertungsmaterialien. Ein Megamilchmolar. Und noch ein Scab. RPG-Modul. Ich glaube, das war der nicht. Den ich so cool fand. So. Ich habe leider immer noch nicht nachgeguckt. Den kann man bewegen, das weiß ich. Vielleicht braucht man dafür aber auch eine Mutation. Wisst ihr was? Ich gucke das ganz kurz nach. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe es gegoogelt und dann kam es sofort wieder in meinen Sinn. Man muss natürlich die Keule nehmen. Ihr seht's, er kann sich bewegen. Und... Was macht man beim B20? Man sucht die 20. Die 20 muss oben liegen. Komm, wir schaffen's. Wir haben keine Ausdauer mehr. Willst du auftanken? Wo ist denn die 20? Sehen wir die schon irgendwie? Bestimmt genau unten. Ja. Ach komm, du schaffst das. Jetzt. So. Keine Ausdauer mehr. Ich kann auch natürlich versuchen, hier zu schlagen. Ne, das bringt nichts. Äh... Mach mal so. Wir sind zu schwach. Oder ich treffe ihn halt nicht richtig. Das muss doch auch so gehen. Ja, jetzt. So. Ja, passt. Keine Ausdauer mehr. Wird eine längere Geschichte, aber das kriegen wir hin. So. Hier wird er nicht rollen. Dann versuchen wir es mal so. Ja. Tada! Geschafft. Einen Moment. Coup de Gras haben wir bekommen. Es ist eine neue Mutation. Und Coup de Gras ist hier. Ein Zeichen der Hoffnung in der Düsternis entdeckt zu haben. Stärkt deinen Überlebenswillen im Kampfgetümmelpakt. Dichter Einfallsreichtum und deine Gegner werden von Glückstreffern zerschmettert. Erhöht die Quitchance. Rätsel gelöst. Max ist alles gut mit dir. Dann würde ich sagen, war das schon mal ein erfolgreicher Ausflug hier nach oben. Und dann werden wir gleich mal schlafen gehen. Ja. Das haben wir geholt. Den Bienenpelz haben wir geholt. Wir haben die Silence sogar schon geholt. Und die anderen Sachen, die es hier auf dem Tisch gibt. So die Holzsplitter habt ihr schon gesehen. Da brauchen wir einfach eine bessere Axt für. Salz, Pfeil und saftige Geschosse. Und bald wieder Stufenaufstieg. Ja, der Salzpfeil wird noch wichtig werden. Und ich bin gerade sehr froh, dass wir das schon scannen konnten. Deswegen schlafen wir jetzt erstmal und dann... Machen wir mal Essen. Oh, guck mal, da ist ein Apfel. Können wir uns bestimmt hier von einem Trinkpäckchen holen. Oh, leider kein Tropfen, aber... Billy Hock haben. Ja, sonst müssen wir gleich wieder aus der Flasche trinken. Ja, dann trinken wir mal einen Schluck aus der Flasche. Äh, so. Wir müssen mal, äh, wenn wir wieder in der Base sind, gucken, ob wir nicht schon, ähm... ...schon eine bessere herstellen. So, ich glaub, den Apfel nehme ich mal mit. Heute glitschen wir aber viel in Texturen rein. So, Apfelbrocken, frische Apfelbrocken. Der Rest ist, glaub ich, verrottet. So, ja, den können wir noch scannen. Den nicht, okay. Dann scannen wir doch das Apfelstückchen nochmal. Also, dieses kleine Labyrinthchen, da, das finde ich... Ich finde, das sind wieder schon coole Details. So, kein Rezept, aber ein neues Level. Und schwarzes Ameisenschwert, den Schild kennen wir schon, und die schwarze Ameisenschaufel. Da müssen wir jetzt mal sofort reingucken, was wir dafür brauchen. Äh, Quatsch, nicht Baumenü, sondern... Tab, herstellen. So, schwarzes Ameisenschwert. Wir brauchen schwarze Ameisenmandibeln. Und die bekommt man natürlich von den Soldatenameisen. Und schwarze Ameisenbrocken und Beeren wieder. Darauf arbeiten wir jetzt hin. Und die Schaufel natürlich auch. Brauchen wir auch. Alles von den schwarzen Ameisen, ähm... Ja. Das sind jetzt unsere nächsten Tools, beziehungsweise Waffen, die wir haben wollen. Und da jetzt ein frischer Tag ist und ich noch keine Lust habe, nach Hause zu gehen... Ach, wir waren ja hier noch gar nicht. Wir werden auf jeden Fall gleich mal diese Seilrutsche benutzen. Die hier schon sozusagen vorinstalliert war. Die wir nur mal, ähm... Ja. Oh! Okay. Da hängt eine Biene. Hier liegt ein Milchmolar. Wir kümmern uns um den Milchmolar. Tada! So! Ist hier sonst noch was? Außer ein Stückchen. Ne, schade. Okay. Ne, ich wollte nicht die Waffe wechseln. Hier kommen wir dann auch wieder hoch. Wieder runter. Habe ich noch eine zweite Pusti mit? Natürlich nicht. Müssen wir uns mal wieder eine... Also ich weiß, dass wir in der Base eine haben, aber die hier ist ja jetzt schon halb verbraucht. Ähm... Schätze ich mal, werden wir bald eine neue brauchen. Und wenn wir das merken, müssen wir uns auf den Weg mal eine mitnehmen. Wir haben die Biene nicht getriggert. Ich war wahrscheinlich mit Festigen beschäftigt. Ja, Brille ist schon wieder da. Schnell spawnt er denn bitte nach. Komisch. Na gut. Ich würde aber sagen, in der nächsten Folge schwingen wir uns einmal hier rüber. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.